Hallo zusammen, Matthias hier. Herzlich willkommen in dieser Quickie-Folge, wo ich immer eine kurze Inspiration, einen kurzen Tipp zum Thema Fotografie, Bildbearbeitung oder dem Filmen für euch habe. Heute sorge ich dafür, dass du beim Fotografieren deutlich weniger unscharfe Bilder hast und das auch noch cool mit der Bildgestaltung kombinierst. Hallo? Das Problem mit dem Autofokus heutzutage ist, dass wir einfach zu viel Auswahl haben. Jede Kamera hat irgendwie 50.000 Autofokuspunkte in jede Ecke, die in irgendeiner Art und Weise möglich ist oder kann automatisch erkennen, was wir fotografieren wollen, auch wenn das so mehr oder weniger gut funktioniert. Wir können quasi überall scharf stellen. Es ist wie im Globus vom Nudelregal zu stehen und nicht genau zu wissen, was du jetzt nochmal für Nudeln mitbringen solltest. Ich hoffe mal, das kann irgendjemand einfach mal nachvollziehen. Egal. Darum soll es nicht gehen. Es soll darum gehen, wie man es schafft, relativ präzise und zuverlässig immer scharf zu stellen. Bei Landschaften ist das eine andere Thematik. Da ist es auch meistens etwas einfacher, weil man keine hektischen Situationen hat. Doch was ist mit hektischen Situationen? Wenn ich mir Zeit lassen kann, ist es fast egal, was ich hier verwende. Da kann man ja nochmal rumprobieren, nochmal gucken. Im Notfall stellt man es manuell ein. Wenn es jetzt aber darum geht, was Schnelles, was Unvorhersehbares zackig zu fotografieren, wie zum Beispiel auf einer Hochzeit, was ja autofokustechnisch eher so die Königsdisziplin ist, habe ich eine relativ einfache Strategie für euch. Ich verwende sowas wie den Augenautofokus oder eine Gesichtserkennung oder sowas fast nie. Es ist mir einfach nicht zuverlässig genug. Schön, dass es sowas gibt. Wenn man nur Porträts fotografiert, ist es auch sehr zuverlässig. Da habe ich nicht so viele Menschen und meistens nichts im Vordergrund. Kein großes Thema. Wenn es aber hektisch zugeht und du es nicht vorhersehen kannst, wird dir die Kamera mehr in die Arbeit reinpfuschen, als sie dir hilft. Deswegen, was können wir dagegen tun? Wir stellen das Zeug einfach ab. Habe ich bei mir auf eine schnelle Taste gelegt, dass ich da nicht lange suchen muss, sondern manchmal will ich es benutzen, manchmal nicht. Einfach eine Taste und dann ist es an oder aus. Macht es einfacher. Darauf wollte ich aber nicht hinaus. Denn wir haben ja bei unseren Fotos normalerweise einen Punkt, an dem das Motiv immer ist. Aus bildgestalterischer Sicht logisch, dass es da sein sollte oder dass es dort sein sollte oder sowas in der Art. Das kann ich mir zunutze machen. Ich kann mein Fokusfeld manuell genau da hinlegen und brauche jetzt eigentlich nur zu fotografieren. Es ist wie eine Schablone, die ich für mein Bild hinlege und sage, hey, wenn der Fokuspunkt da ist und ich da scharf stelle, dann ist auch irgendwie klar, dass mein Bild korrekt aufgebaut ist. Mein Motiv ist an der richtigen Stelle und das macht es deutlich einfacher. Funktioniert nicht pauschal auf alles. Das weiß ich selber. Und es gibt natürlich Momente, in denen ich das nochmal verändern muss. Geht ja mittlerweile relativ schnell. Du hast irgendwie ein Joystick oder ein Touchdisplay oder keine Ahnung was. Aber es funktioniert, aus meiner Erfahrung zumindest einmal, sehr, sehr zuverlässig, so Bilder zu machen. Und der Ausschuss, zumindest mal von den unscharfen Fotos, ist quasi nicht mehr existent. Finde ich eine coole Methode, finde ich eine coole Möglichkeit. Deswegen wollte ich sie mit euch teilen. Ein Fokuspunkt manuell auf den Punkt gesetzt, auf den man halt normalerweise das Auge, das Gesicht oder das Motiv, je nachdem, was ich halt fotografieren möchte, erwarte. Und die Thematik ist schon mal deutlich einfacher. Aber wir brauchen uns viel, viel weniger Gedanken beim Fotografieren machen, können uns auf andere Dinge konzentrieren. Ausprobieren, auschecken. Und wenn du mehr Tipps zum Thema Fotografie oder zum Thema Bildbearbeitung oder zum Thema Filmen haben möchtest, klar habe ich hier relativ viele Videos, aber das reicht nicht aus. So ein Kombipaket, sowas mal aus erster Hand live beim Fotografieren gezeigt zu bekommen, das erwarte ich auf meinen Workshops. Deswegen check die auf jeden Fall mal aus. Ich habe sie hier unten drunter verlinkt und wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Vielen Dank.